Da war noch Eisen, da war auch noch irgendwo weg, und Stone können wir auch mal weghauen. So, Schule, 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 Teacher, ich weiß gar nicht wie viele meine Lehrer da brauchen. Da bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das das dann steigert. Ob man dann weniger für alles sie brauchen, weil sie besser ausgebildet sind, mehr oder weniger. Ob das dann einfach einfacher ist, mehr oder weniger. Oder ob man dann halt einfach weniger Leute braucht. Darum, da könnt ihr nicht sammeln. Ich bin mal gespannt. 73. Ohrenlehrer, was hast du denn los? Ich glaube, jetzt habe ich das zu gut. Ich glaube, da braucht man gar keinen Büchler, da brauchst du eh bloß ein Laborer, oder? Mach der das dann. Ich weiß gar nicht, oder? Die ernten nicht schon. Ah, mein Kuh. Ja, da brauchen wir immer noch einen mehreren. Da braucht man mehr Kinder, gell? Da brauchen wir noch einen. Wenn wir dann mal die Häuser bauen. 16.6.. 16.32.. 48... Muss er schon gehen. Jetzt hat er ihn jetzt geschafft. Jetzt kommt es schon. Jetzt kommt es schon. Was? 5000 oder was? Wird auf. Okay, jetzt halt. Es wird zurück. Es ist ein Sixer-Sons-Kleider. Wo haben die den bitte? Furchtetost erwischt. Oh, das Leben geht auch wieder auf, wenn wir so raufeln. Jetzt sind wir schon bei 3, 1,5. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit bei 3 oder bei 2, 1,5 rumgelegt oder bei 2. Was ist das, was ist das, Log, Firewood, ja, das waren wir schon wieder klar. Was denn auch sonst? Hm, 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 hm Da kann man nicht drauf drücken. Was? 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 Was ist das? Log? Pfeilbrot? Ja. Weiß ich schon. Denken wir doch mal hin. Wo aus? Wir wissen, ob das was ändert. Was ist das? Fischer, Mann. Wir müssen wieder null los. Du bist so bloß, Mann. Du bist so bloß, Mann. Du schaust mir nicht hin. Schatz, du hast die Handschuhe wieder. Also wieder. Du auch gleich. Okay. Jetzt Labora. Wo ist das Labora jetzt? Ach, es hat Forma aber. Labora. Okay. Der pflanzt fleißig Bäume. Bei dem jetzt mal die anderen Ressourcen ausser. So wie Storna. Der hat einfach gewusst, ob das irgendwie mal einschränkt. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Eisen ist. Naja, da ist Eisen. Und das den auch mal weg. So. Der Roman schauen wir mal. Bei dem. Bei dem. Einige Steine, glaube ich. Äh. Noch mal so. Der Roman gehört auch noch. Kann ich gestauen. Der Roman. Und Iron. Er kann zwar nicht bis der Ober, aber das ist ja wurscht. Dollars. 100. Ich werde einfach mal 200 machen, weil es egal ist. Was heißt das eigentlich? Ach, zwei. Ah, wir haben zwei Studenten endlich. Die ersten. Zwei haben wir. Ich bin echt gespannt, ob die dann mehr oder besser arbeiten dann. Oder ob es dann einfacher ist. Oder ob es dann einfacher ist. Speicher, Speicher. da die wieder zurück. Dädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädäh. Da hab ich wieder fünfmachsied. Mal schauen, wie groß das eigentlich ist. Da Cartradas ist eigentlich wie groß das eigentlich ist. Warum fangst du da um oder zum Arbeiten und tust dann da eine Runde weiter? Ich versteh das nicht. Erlen Emmer Das ist was. Bohnenweizenfeierwut Pekanus Wie kann denn das schon wieder sein? Das hier kein Ding ist Kein Feierwut Feierwut Wo bist du? Die 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 Okay Jetzt schauen wir mal Also das nächste was wir bauen Was bauen wir als nächstes? Entweder ein Trading Post Schule haben wir schon gebaut Das Krankenhaus weiß ich nicht ob wir das brauchen Ist eher glaube ich hinfällig Da Sind so Äh 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 Statistiken Oder so Okay Unsere Leute sind happy Ja grob könnten wir eventuell mal machen Was ist jetzt los Was ist jetzt los? Feierwut Log Ja das ist klar bei uns Aber ich glaube die Trading Post Dass wir endlich mal Wolle kriegen Dass wir warmes Ding Worme Klamotten machen können Das wäre mir fast wichtiger Was ist jetzt los? Ich tue jetzt gleich mal da so Ich tue jetzt gleich mal da so Ja nix okay Ach die muss direkt Ach die muss direkt Ach die muss direkt Ah Ach das war ein bisschen dumm eigentlich Ich tue jetzt mal Die brauchen wir eigentlich auch Ich meine mal das wir stehen haben Also Termine geht die da ein Da ist nicht da. Da ist es nicht da. Da ist es da. Da ist es da. da ist. Man, sonst hätten das vorhergekommen. Oh, da geht auch nicht her. Geil, also da geht auch nicht her. Und da geht auch nicht her. Genau. Okay, 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 okay. Den mal nochmal, äh, den mal wieder Playdrucker. Den haben wir schon passiert. Achtung bitte wieder auf mal. Das brauche ich schon. Wieso baut ihr den Weg eigentlich nicht? Das ist jetzt schon meine Frage. Was macht auch keine? Ich verstehe das nicht. So laut. Das sind schöne Steine, ey. Richtig schön genau gerade. Perfekt gemacht. Der, 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 der. Chop, laborat. Da, übelst viel Holz, nur was noch nicht abgebaut ist. So geht bloß mal. So geht es. Also das tun wir jetzt mal weg. Weil wir das gut brauchen. Aber wenn es.. Ja. Dreckvoll. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Was ist denn Forester? dieses ist ein Fromoster gestorben ein alter oder so Ich werde auch MyHeadser ausmitten wenn die Akku leer ist Und einen Schluck trinken muss ich. Ah ok, wir haben keine Logs, da fällt das Ding. Da braucht man aber nicht wieder heißer. Der siehst du eigentlich. Da ist mein Ding. Bringt dann eigentlich jeder Ding Ohrloch oder mehr? Das ist die Frage. Da sind die Handschuhe voll fertig. Da noch nicht. Was denn die da eigentlich? Können die das jetzt ernten oder nicht? 200 KB. Wie viel holen sind die eigentlich immer? Das ist die Frage. Inventory, Fireboot, 30, also 300. Ah, noch 300. Gut, Cutter. Warte, was? 1 auf 1, ja okay. Zum Studenten haben wir jetzt schon. Ich frage jetzt, wie alt hat die? Das würde mich mal interessieren. Was ist der denn eigentlich? Der hat sich überhaupt's ernten oder schaut das bloß so aus? Oh super. Schee. Winter ist heute Winter ist die Holzzeit 214 Stunden haben wir jetzt die Frage ist, wenn wir jetzt das machen, das da das hinbringen ob es dann gleich die ganzen Loks auch wieder hierin oder nicht ich werde ihn eigentlich ausladen das ist die Frage, gell ich werde ihn jetzt mal weg, weil ich brauche sie nicht jetzt muss ich sagen, ist jetzt erstens da ist einer für die Forma gestorben oder was jetzt darf ich schon mal in die Linie, ok Feierboot, ja klar was denn sonst ist das muss man da wieder Feier machen oder dann alles was mit da was braucht man da dann braucht man äh 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 also das da man braucht eigentlich das da rum so so let's get out of my speed over I can only get a song to this so let's get out of my speed over let's get out of my speed over